In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung bei diskreten Zufallsgrößen berechnen kann. Und das Ganze ist wie folgt aufgebaut. Nach einem kurzen Theorieteil folgen zwei Klausur- bzw. Abitur-ähnliche Aufgaben. In erster Reihe sollten wir allerdings klären, was hinter dem Begriff diskrete Zufallsgröße steht. Zwar, wie der Name schon sagt, ist eine Zufallsgröße, die nur bestimmte diskrete Werte annimmt. Ein Beispiel. Die Anzahl der Augenzahlen beim Würfel. Wenn ihr euch zum Beispiel beim Würfel für die Augenzahl 6 interessiert und diesen Würfel mehrmals würfelt, dann kann diese Augenzahl 6 0 mal, 1 mal, 2 mal, 3 mal und so weiter auftauchen. Aber sie kann nicht 1,5 mal auftauchen. Oder ein anderes Beispiel. Anzahl der Kopfwürfel beim Münzenwurf. Na ja, egal wie oft wir die Münze werfen. Kopf kann 0 mal, 1 mal, 2 mal, 3 mal und so weiter auftauchen. Aber es kann auch nicht 2,5 mal Kopf auftauchen. Also, diskrete Werte sind ganze positive Werte. Einen kleinen Hinweis an dieser Stelle für diejenigen von euch, die eventuell schon den Begriff stetige Zufallsgröße gehört haben. Das passiert in der Oberstufe überwiegend im Rahmen der Normalverteilung. Und da gibt es nicht nur ganze positive Zahlen, sondern es gibt auch alle Dezimalzahlen. Daher auch dieser Begriff stetige Zufallsgröße. Als nächstes gibt es eine kleine Übersicht über die drei Formeln, die wir gleich bei den Aufgaben brauchen werden. In erster Reihe der Erwartungswert. Zur Erinnerung, der Erwartungswert ist ein Wert, der angibt, was wir im Durchschnitt von einer Zufallsgröße erwarten können. Und die Formel, so wie in den meisten Lehrbüchern abgebildet, sieht so aus. Eine kurze Erklärung an dieser Stelle. Ich weiß, dass diese Formeln mit dem Summenzeichen für viele von euch kompliziert beim ersten Blick aussehen. Ich werde hier an dieser Stelle auch nicht den Aufbau der Formel erklären. Das machen wir in den Beispielaufgaben. Und für den Fall, dass ihr vergessen habt, wie diese Formeln funktionieren, keine Sorge. Sie sind sehr einfach anzuwenden. Die sehen halt nur nicht so schön beim ersten Blick aus. Die Varianz ist einfach formuliert, ein Maß für die Streuung einer Zufallsgröße um ihren Erwartungswert. Und je größer die Varianz ist, desto größer auch die Streuung. Die passende Formel sieht dann so aus. Die Standardabweichung gibt vor allem fatformuliert ebenfalls an, wie sehr die einzelnen Werte vom Erwartungswert abweichen oder streuen. Ja, und ihr denkt vielleicht bestimmt jetzt das Gleiche, tut eigentlich auch die Varianz. Ja, tatsächlich. Allerdings ist die Standardabweichung viel besser geeignet, um die Streuung von Daten zu bewerten. Und zwar, das liegt an ihrer Formel. Die Standardabweichung ist Wurzel aus der Varianz. Und für diejenigen, die interessiert sind, gibt es jetzt eine kurze Erklärung, wieso die Standardabweichung ein besseres Maß für die Streuung ist als die Varianz, vor allem im Sachzusammenhang. Stellt euch vor, eure Zufallsgröße hätte im Sachzusammenhang eine Einheit, zum Beispiel Meter. Wenn man die Streuung mit Hilfe der Varianz ausrechnet, anhand der Formel, quadriert man diese Einheit, dieser Meter. Also man hätte zwar die Streuung, aber in der Einheit Quadratmeter. Wenn man daraus wieder die Standardabweichung ausrechnet, dann zieht man die Wurzel aus diesen Quadratmetern und dann hat man wieder Meter. Deshalb hat die Abweichung oder die Streuung mit Hilfe der Standardabweichung die gleiche Einheit wie die ursprüngliche Zufallsgröße. Und dadurch ist sie einfacher zu interpretieren. Und hier ist unsere erste Beispielaufgabe. Ich würde an dieser Stelle vorschlagen, dass sie auf Pause drückt und in Ruhe die Aufgabenstellung durchliest. Wir legen dann gleich los mit der Teilaufgabe A. Also, die Zufallsgröße X kann die Werte 0, 1, 2 und 3 annehmen. Also, klar und deutlich, diskrete Werte. Die folgende Tabelle zeigt alle möglichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Weisen Sie nach, dass für alle möglichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Wartungswert mindestens 3 Viertel beträgt. Zur Unterstützung nehmen wir natürlich die Formel, die wir gerade angeschaut haben für den Erwartungswert. Und erstmal müssen wir verstehen, wie diese Formel funktioniert im Zusammenhang mit dieser Verteilungstabelle, die wir hier in dieser Aufgabenstellung haben. Also, damit ihr die Sachen richtig zuordnen könnt, dieses K in der Tabelle ist eigentlich unser XI. Wobei dieses I einfach nur ein Laufindex ist und von 1 bis 4 läuft, weil wir haben vier Werte hier oben. Vier verschiedene Werte. Und dann hätten wir auch hier unten die Wahrscheinlichkeit für jeder dieser XI. Also, nur damit ihr zuordnen könnt. Dann entsprechend müssen wir alle diese Produkte zwischen Wert und Wahrscheinlichkeit aufsummieren. Das heißt, übersetzt, wenn wir jetzt das Ganze auf die Tabelle beziehen, dass E von X gleich ist mit 0 mal A. Ist ja klar, dass das 0 ist, aber ich schreibe es an dieser Stelle mal übersichtlich auf. Dann plus, weil es eine Summe ist, durch diesen Summenzeichen, 1 mal 1 Viertel. Dann plus 2 mal B, oder kurz gesagt 2 B. Und plus 3 mal 1 Sechstel. Und das Ganze soll anhand der Aufgabenstellung mindestens 3 Viertel betragen. Das bedeutet, ist größer gleich 3 Viertel. Okay, wir haben hier sowas wie eine Ungleichung und wir müssen diese Aussage überprüfen, ob sie wahr ist oder nicht. Beziehungsweise, wenn es steht, weiß sie nach, dann muss sie ja wahr sein. Also, deshalb fassen wir erstmal all das auf der linken Seite zusammen. Hier haben wir 1 mal 1 Viertel sind 1 Viertel und 3 mal 1 Sechstel sind 1 Halb. 1 Viertel plus 1 Halb sind dann 3 Viertel. Plus 2 B soll größer gleich oder mindestens 3 Viertel sein. Dann bringen wir die 3 Viertel von der linken Seite rüber mit minus 3 Viertel. Und somit haben wir 2 B ist größer gleich 0. Wenn wir durch 2 teilen, dann steht da, B ist größer gleich 0. Und jetzt müssen wir nur noch dieses Ergebnis auswerten. Also, wir gucken nun in die Tabelle. B ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert bei 2 liegt. Und natürlich kann die Wahrscheinlichkeit nicht negativ sein. Im schlimmsten Fall kann sie 0 sein. Oder, im Normalfall, ein bisschen größer als 0. Deshalb ist das hier unten, die Tatsache, dass B größer gleich 0 sein muss, automatisch eine wahre Aussage. Und damit ist die Aufgabenstellung auch nachgewiesen. Die Teilaufgabe B. Es gibt einen Wert von A, für den der Erwartungswert gleich 1 ist. Bestimme diesen Wert. Naja gut, die Rede ist wieder vom Erwartungswert. Das bedeutet, wir könnten wieder die Formel für den Erwartungswert in Abhängigkeit von A und B darstellen. und das Ganze mit 1 gleichsetzen. Mal gucken, was passiert. Am Anfang haben wir 0 mal A. Wir haben schon gesagt, das ist ja 0. Das schreibe ich nicht mehr hin. Dann folgt wieder 1 mal 1 Viertel plus 2B plus 3 mal 1 Sechstel ist gleich 1. Für den Anfang sieht diese Gleichung verwirrend aus. Genau die unbekannte, die wir suchen, fliegt aus dieser Gleichung raus. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir können ja trotzdem mit Hilfe dieser Gleichung B bestimmen. Und mit Sicherheit hilft uns auch B weiter, um A zu bestimmen. Deshalb fasse ich jetzt hier alles zusammen. Also 1 Viertel plus 3 Sechstel ergibt wieder 3 Viertel auf der linken Seite. Also wir hätten dann 3 Viertel plus 2B ist gleich 1. Und jetzt bringen wir diese 3 Viertel rüber mit minus 3 Viertel. Somit ist 2B dann 1 minus 3 Viertel sind natürlich 1 Viertel. Und wenn wir jetzt noch durch 2 teilen, haben wir schon einen passenden Wert für B. Und zwar ein Achtel. Okay, wie hilft uns hier jetzt B weiter, um A zu bestimmen? Naja, wir haben hier eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das bedeutet, alle diese Wahrscheinlichkeiten hier unten zusammengezählt, müssen ja 100% oder 1 ergeben. Und wenn wir jetzt 3 davon kennen, weil wir B jetzt auch rausgefunden haben, also hier steht 1 Achtel, dann können wir wieder eine Gleichung aufstellen und die dann entsprechend nach A umformen. Also ich schreibe dann kurz hin. A plus 1 Viertel plus 1 Achtel und plus 1 Sechstel ergibt ja 1. Gut, gehen wir davon aus, an dieser Stelle, dass wir keinen Taschenrechner zur Verfügung haben. Das bedeutet, wir müssen diese 3 Brüche erweitern. Und ja, die treffen sich alle bei 24. Also wir hätten dann praktisch 1. Bruch mit 6 erweitert. Dann hätten wir 6 Viertel plus hier mit 3 erweitert, 3 Viertel und plus mit 4 erweitert, 4 Viertel. Und das Ganze soll 1 ergeben. Dann A plus 6 plus 3 und plus 4 sind 13 Viertelundzwanzigstel. Ist gleich 1. Dann bringen wir die 13 Viertelundzwanzigstel rüber natürlich. Und damit haben wir einen passenden Wert für A. Also A wäre in diesem Fall einfach 11 Viertelundzwanzigstel. Und damit wäre die Aufgabenstellung auch fertig. Und hier ist die zweite Beispielaufgabe. Auch an dieser Stelle bitte auf Pause drücken, in Ruhe die Aufgabenstellung durchlesen und natürlich auch Gedanken über den Lösungsweg machen. Ein idealer Würfel wird so lange geworfen, bis die Summe der gewürfelten Zahlen mindestens 3 ist. Die Zufallsgröße x zählt die Anzahl der Würfel. Weisen Sie nach, dass p von x gleich 2 gleich 11,36 ist. Also übersetzt heißt das, p von x gleich 2 ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen Würfel genau 2 mal werfen müssen, damit die Summe der Zahlen mindestens 3 ist. Am besten versucht man sich das übersichtlich vorzustellen, mit Hilfe eines vereinfachten Baumdiagramms. Das heißt, wir zeichnen ja nun die Wege, die uns wirklich interessieren. Also, ich habe hier schon mal einen Aufbau angedeutet. In erster Reihe ist ja klar, dass die Zahlen im niedrigen Bereich sein müssen, damit die Summe mindestens 3 ist. Fangen wir mit der Augenzahl 1. Wenn eine 1 auftritt, gibt es dann die Möglichkeit, dass eventuell nochmal eine 1 auftritt. Dann wäre die Summe noch nicht mindestens 3. Und erst danach, egal was wir werfen, alle Zahlen von 1 bis 6, wäre die Summe mindestens 3. Also hier ist egal was wir werfen, dann wäre die Summe mindestens 3. Alternativ können wir nach der ersten 1 natürlich, egal was, außer 1 sozusagen würfeln. Und dann wäre die Summe auch automatisch mindestens 3. Also die kleinste Zahl außer 1 ist 2. 1 plus 2 würde auch schon die 3 ergeben. Und das wäre schon einer dieser Wege, das uns wirklich interessiert. Jetzt könnten wir jetzt für diese Situation schon mal die Wahrscheinlichkeiten eintragen. Also die Wahrscheinlichkeit von der 1 ist ja 1 Sechstel. Hier wieder 1 Sechstel. Und hier beim Egal, wenn es egal ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit 6 Sechstel oder 1. Hier unten die Wahrscheinlichkeit, keine 1 zu werfen, ist natürlich 5 Sechstel. Gut, dann was kann noch passieren? Es kann sein, dass eine 2 geworfen wird. Dann sind wir auch noch nicht bei 3. Aber mit Sicherheit im nächsten Wurf, egal was kommt, sind wir schon bei mindestens 3. Also auch mit der 1 haben wir schon 3. Und auch hier die Wahrscheinlichkeit von der 2 beträgt ein Sechstel. Und hier, wenn es egal ist, dann wieder die Wahrscheinlichkeit 1. So, unten die Möglichkeit interessiert uns eigentlich nicht mehr. Also egal, welche Zahlen wir außer 1 und 2 werfen, ist die Summe der Augenzahlen immer 3, mindestens 3. Also auch wenn ich eine 3 werfe, dann habe ich schon die 3. Und alle Zahlen, die größer sind als 3, erfüllen sowieso diese Aufgabenstellung. Also, haben wir hier dann eigentlich alles, was wir brauchen, um diese Wahrscheinlichkeit auszurechnen. Deshalb schreibe ich mal kurz auf der rechten Seite. P von x gleich 2 ist gleich. Okay, wir brauchen einmal diesen Weg hier. Also, 1 Sechstel mal 5 Sechstel. 1 und nicht 1. Plus noch hier die Wahrscheinlichkeit unten. Das ist 1 Sechstel mal 1. Und ja, 1 Sechstel mal 1 ist natürlich 1 Sechstel. Jetzt können wir zusammenfassen. Hier haben wir 5 Sechstel. Und hier auf der rechten Seite können wir dann auf 36 erweitern. Mit 6. Und dann hätten wir plus 6 Sechstel. Und das ergibt natürlich zusammengezählt 11 Sechstel. Und das wollte die Aufgabenstellung auch von uns haben. Bei der zweiten Teilaufgabe geht es darum, den Erwartungswert, die Varianz und die Standardabweichung zu bestimmen. Und natürlich werden wir wieder diesen Baumdiagramm in erster Reihe nutzen, was wir auch vorher aufgestellt haben. Da finden wir alle Informationen, die uns eigentlich für diese Größen interessieren. Und ich habe bereits schon bei der ersten Aufgabe gemerkt, bei der Berechnung des Erwartungswerts ist es sehr günstig, wenn man diese Wahrscheinlichkeitsverteilungstabelle aufstellt. Aus dieser kann man dann sehr einfach den Erwartungswert ausrechnen. Und das habe ich auch hier vorbereitet. Also praktisch XI kann jetzt die Werte 1, 2 und 3, weil wir einmal, zweimal oder dreimal werfen können. Und praktisch eine dieser Wahrscheinlichkeiten kennen wir schon. Die Wahrscheinlichkeit für P von X gleich 2 lautet 11 Sechstelunddreißigstel. Das ist das, was wir bei der Teilaufgabe A nachgewiesen haben. Dann, weil es hier ganz oben in unserem Baumdiagramm ist, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dreimal würfeln, ist praktisch 1 Sechstel mal 1 Sechstel mal 1. Also 1 Sechstel mal 1 Sechstel sind 1 Sechstunddreißigstel. Und entweder aus dem Baumdiagramm oder über dieser Tabelle mit dem Gegenereignis können wir schnell herausfinden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man nur einmal wirft, 24 Sechstel ist. Übrigens 24 Sechstel ist gekürzt 4 Sechstel, was hier unten steht. So, für den Erwartungswert kennen wir ja bereits die Formel. Und genau diese Formel nehmen wir und fassen alles zusammen. Also E von X wäre dann 1 mal 24 Sechstunddreißigstel plus 2 mal 11 Sechstunddreißigstel und plus 3 mal 1 Sechstunddreißigstel. So, wir haben überall den gleichen Hauptnenner. Das bedeutet, das Ganze kann man E zusammenfassen. Und es ergibt 49 Sechstunddreißigstel. Nur für die Neugierungen habe ich das noch kurz im Taschenrechner eingetippt. Das sind ungefähr 1,36. Also das wäre unser Erwartungswert. Um die Varianz auszurechnen, brauchen wir auf jeden Fall nochmal unsere Tabelle wegen den Wahrscheinlichkeiten. Hier habe ich auch beide Formeln nochmal eingeblendet auf der rechten Seite für die Varianz und für die Standardabweichung. Und natürlich brauchen wir, wenn wir die Formel für die Varianz anschauen, auch noch diesen Erwartungswert hier. Zur Erinnerung, das war ja aus der letzten Teilaufgabe 49 Sechstunddreißigstel. Okay, und jetzt werden wir versuchen, diese Formel hier anzuwenden. Also, Varianz von x ist gleich. Ja, wir erkennen schon ganz gut, dass wir wieder eine Summe und zwei aus drei verschiedenen Termen haben werden. Fangen wir mit dem ersten Term an. Zuerst kommt die Klammer mit xi minus Erwartungswert. Also, das heißt, xi ist unser erster Wert, das ist 1, minus unser Erwartungswert 49 Sechstunddreißigstel. Die Klammer wird dann quadriert und mal dann die unten stehende Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet 24 Sechstunddreißigstel. Und dann, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, habe ich auch die nächsten Werte schon vorbereitet und in dieser Formel eingesetzt und das Ganze aufsummiert, im Taschenrechner eingetippt und das Ergebnis ist ungefähr 0,29. Und die Standardabweichung ist ja dann kein Problem mehr auszurechnen, ist einfach Wurzel aus der Varianz. Deshalb Wurzel aus 0,29 entspricht ungefähr 0,53. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In Zusammenhang mit diesem Thema sind noch ein paar andere Themen von Bedeutung, wie zum Beispiel der Erwartungswert bei Glücksspielen. Dann Erwartungswert und Standardabweichung im Zusammenhang mit der Binomialverteilung oder mit der Normalverteilung. Wenn Bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video. Danke. Ich stelle größer. Auf Wiedersehen. Wir schalten vocês. ыт